Die Traditionen erhalten, beziehungsweise auch dann teilweise zu erneuern und eine Innovation daraus machen. Das ist eigentlich das, worauf wir unser ganzes Tun aufbauen. Weil die Küche neu erfinden wird nicht funktionieren. Für das ist, sage ich mal, die Geschichte einfach schon zu lange. Nur man kann vielleicht einfach seine eigene Interpretation aus den Traditionen irgendwie gewinnen oder diese neu einsetzen. Wir probieren heute ein neues Gericht für unsere Karte. Wir machen dazu, also die Flussgräbse, die schwenken wir nur ganz kurz durch in Butter, ein bisschen Salz, lassen die sehr natürlich. Dazu haben wir Pastinake. Pastinake einmal als Creme und einmal als begleitende Soße, beziehungsweise ein kleines Schäumchen. Und die eigentlich neuer Schwammern. Wir machen eigentlich nie mehr wie zwei bis drei Hauptkomponenten am Teller. Also wir versuchen da wirklich eine Komplexität am Teller zu schaffen, aber keine Verwirrung. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020